Dr. Zwicky Diesen bekommt man in den Hochlandschwärmen, das heißt man muss angeln gehen in den Wäldern von Teroka und zwar am besten in Skettis, im See, oberhalb der Steinbrecherfest hin. Dazu fliegt man am besten nach Shadrat oder Nippenportal dahin und fliegt dann nach Skettis im Süden. Dann angelt man sich einfach durch die Hochlandschwärme durch. Ich habe ungefähr 15 Minuten gebraucht bis ich dann den Kasten vom Dr. Zwicky bekam. Und mit etwas Glück ist im Kasten ein magischer Flusskrebs drinnen. Man kann den Dr. Zwicky Kasten dreimal aufmachen mit einer Abgrenzzeit von glaube ich 4 Stunden und entweder ist ein Haustier drin, also der magische Flusskrebs oder der Dr. Zwicky selbst drin und als großer Krebs und greift dann an. Den kann man mit Level 100 einfach umhauen. Genau, das war es eigentlich. Und ich hoffe, ihr habt gleich beim ersten Mal Glück, beim Öffnen und erhaltet ein neues Haustier. Dann noch viel Glück und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus, Pfiti und Tschüss, euer Tiger. Dann noch viel Glück. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Dann noch viel Glück. Brrrr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020